Hoppegarten ist eine amtsfreie Gemeinde im Westen des Landkreises Märkischoderland in Brandenburg. Sie entstand zum 26. Oktober 2003 durch den gesetzlich verfügten Zusammenschluss der drei Gemeinden Dalwitz-Hoppegarten, Höhneau und Münchehofe. Das 1992 geschaffene Amt Hoppegarten zur Verwaltung der drei Gemeinden wurde zum gleichen Zeitpunkt aufgelöst. Das Wort Hoppegarten leitet sich von Hopfen her. Geografie, Lagebeschreibung Das Gemeindegebiet ist durch einen nach Osten hervorragenden Sporn des Berliner Bezirks Marzahn-Hellersdorf zweigeteilt im Norden der Ortsteil Höhneau, im Süden die Ortsteile Dalwitz-Hoppegarten und Münchehofe. Die Gemeinde grenzt im Nordwesten und Norden an die amtsfreie Gemeinde Ahrensfelde, im Osten an die amtsfreie Stadt Altlandsberg und an die amtsfreie Gemeinde Neuenhagen bei Berlin, im Südosten an Schöneiche bei Berlin, im Süden an dem Berliner Bezirk Treptow-Köpenick und im Westen an dem Bezirk Marzahn-Hellersdorf Gemeindegliederung. Die Gemeinde gliedert sich laut Hauptsatzung in die drei Ortsteile Dalwitz-Hoppegarten mit den Gemeindeteilen Birkenstein-Waldesruh, Höhneau, Münchehofe, sowie den Wohnplätzen Heidemühle, Höhneudorf, Höhneunort, Höhneu-Süd, Mönchsheim und Ravenstein-Geschichte. Die Geschichte der Gemeinde Hoppegarten ist bis 2003 die Geschichte von ursprünglich vier, später drei ehemals selbstständigen Gemeinden und weiteren kleineren Siedlungen Amt Hoppegarten zur Verwaltung der vielen Z.T. sehr kleinen Gemeinden wurde 1992 in Brandenburg die Ämterverwaltung eingeführt. Am 11. September 1992 erteilte der Minister des Innern des Landes Brandenburg seine Zustimmung zur Bildung des Amtes Hoppegarten. Als Zeitpunkt des Zustandekommens des Amtes wurde der 15. September 1992 festgelegt. Die Zustimmung war zunächst bis zum 15. September 1994 befristet. Das Amt hatte seinen Sitz in der Gemeinde Dalwitz-Hoppegarten und bestand zunächst aus drei Gemeinden im damaligen Kreis Strausberg-Höhneu, Dalwitz-Hoppegarten, Münchehofe. Die Befristung wurde ab dem 25. August 1994 aufgehoben. Zum 26. Oktober 2003 wurden die drei amtsangehörigen Gemeinden per Gesetz zur neuen Gemeinde Hoppegarten zusammengeschlossen. Das Amt Hoppegarten wurde aufgelöst und die Gemeinde Hoppegarten amtsfrei. Die ehemaligen Gemeinden Dalwitz-Hoppegarten und Höneu klagten erfolglos gegen den Zusammenschluss von oben vor dem Landesverfassungsgericht. Die Klagen wurden zurückgewiesen. Politik Gemeindevertretung Die Gemeindevertretung der Gemeinde besteht aus 28 Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertretern sowie dem hauptamtlichen Bürgermeister. Die Kommunalwahlen am 25. Mai 2014 brachten folgende Sitzverteilung. Die Linke 8 Sitze CDU 6 Sitze SPD 4 Sitze Bündnis 90 Die Grünen 2 Sitze Bündnis für Hoppegarten 1 Sitz Siedlergemeinschaft Birkenstein 1 Sitz Vereinigte Bürgerbewegung Hoppegarten 1 Sitz Freie Wähler Hoppegarten 1 Sitz FDP 1 Sitz Initiativgruppe der Eigenheimbesitzer Hoppegarten 1 Sitz Bürgerkomitee 1 Sitz Pro Zukunft Märkisch oder Land 1 Sitz Vorsitzender der Gemeindevertretung ist Klaus Otto. Bürgermeister Der hauptamtliche Bürgermeister Carsten Knorbe wurde in einer Stichwahl am 25. September 2011 mit 53.2% der gültigen Stimmen für eine Amtszeit von 8 Jahren gewählt. Knorbe war während seines Studiums in Moskau als inoffizieller Mitarbeiter für das Ministerium für Staatssicherheit der DDR tätig. Er veröffentlichte während des Wahlkampfes auf seiner Homepage Ausschnitte aus Akten und seine eigene Sicht auf diese Tätigkeit. Wappen Das Wappen wurde am 3. Juli 2006 genehmigt. Blasonierung Halbgespalten und im Dornenschnitt geteilt von Grün, Silber und Blau, Feld 1 ein nach oben geöffnetes silbernes Hufeisen, Feld 2 eine grüne Hopfendolde mit Stiel und Blatt und Feld 3 eine schräglinke silberne Schildkröte. Gemeindepartnerschaften Hoppegarten unterhält partnerschaftliche Beziehungen zu den Gemeinden Ifzheim in Baden-Württemberg sowie Azepin in Polen. Kultur und Sehenswürdigkeiten Bauwerke Siehe, Liste der Kulturdenkmale in Hoppegarten Sport Der Ortsteil Dalwitz-Hoppegarten wurde durch die dort seit 1868 bestehende Galoprennbahn Hoppegarten bekannt. 1976 gewann der Schütze Norbert Klar und 1980 der Judoker Dietmar Lorenz eine olympische Goldmedaille. Beide traten für den SC Dynamo Hoppegarten an. Wirtschaft und Infrastruktur Hoppegarten liegt an der Preußischen Ostbahn und besitzt zwei Bahnstationen an der Linie 5 der S-Bahn Berlin. Der Personenverkehr auf der Bahnstrecke Hoppegarten-Altlandsberg wurde 1965 eingestellt. Über die Linie U5 ist der Ortsteil Höno an das Berliner U-Bahn-Netz angeschlossen. Zudem ist Hoppegarten durch einige Buslinien an das Umland angebunden. Behörden Hoppegarten ist Sitz einer Außenstelle des Bundesarchivs, in der Teile des Bundesfilmarchivs gelagert sind. Ferner besteht in Höno eine Geschäftsstelle der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau. Persönlichkeiten Heinz Jentsch, in Hoppegarten geborener Trainer im Galopp-Rennsport Klose 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 Jaunuth Hilfestißt Western Playport Vielen Dank.